Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit NeverGest. Ja, hier bin ich wieder. Und, hallo? LOL. Hat das uns gerade erst mal gelangt? Warum lag das gerade? Oh, die Hühner. Ah, die Hühner. Ah, ich hab die Hühner nicht. Ah, was ist das denn? Hühner. Ja, ähm. Herzlich willkommen zurück zu... Ach, du Scheiße. Was ist das denn hier los? Moment, haben wir gleich. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit NeverGest. Ach, du Scheiße. Ja, okay. Ähm, wir sind jetzt hier, äh, wieder frisch dabei. Ich habe diese Aufnahme jetzt nicht danach getätigt, sondern erst am nächsten Tag. Dem folgt, dass ich ein Mega-Genick dran habe, weil... Schon vorbei, okay. Die letzten Tage war ja wirklich mega warm, das Wetter. Da dachte ich mir, hey, komm, ich schlese die Fenster offen, jetzt, wo es ein bisschen kühler wird. Äh, war natürlich dann gleich so kühl, dass ich mir erst mal einen schönen Zug geholt habe. Und jetzt mich hier früh um neun mit steifem Nick... Augen umrandeten Render und Auge... Render und Auge... Render und Auge... Render und Auge? Render und Auge? Render Augen? Render Augen? Äh, Änder Augen? Oh mein Gott. Das ist chinesisch, ey. Fachchinesisch für Fortgeschottler. Wir tun jetzt erst mal die tausend Hüter hier machen, dann können wir uns vielleicht noch mal was Schönes leisten. Jetzt so, wo die Hüterungen hier Level 30 gleich haben. Oh, ich sterbe gerade einmal über Hüterung. Ja, ich sterbe, ich weiß. Äh, ein Hühnchen. Und noch ein Hühnchen. Ich wollte eigentlich... Oh mein Gott. Was? Ich hab doch gerade... Ich hab doch gerade das Hühnchen gegessen. Ich hab doch gerade das beschisse Hühnchen gegessen. Äh, ja. Ich werfe aufs Meier. Wir werfen auch mal Eier, bis es keiner mehr gibt. Oh mein Gott, was ist denn das hier, ey. Eier, 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 Eier. Aber ich hab 30 fps. Stabil. Das könnte Corinna sein, oder? Ah, da haben wir schon die ersten 16 Hühnchen. Genau so was wollte ich. Hühnchen, ich esse die Hühnchen. Ich esse die Hühnchen. Dun, 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 dun. Kirsten. So. Hallo? Kirsten! Ah. Dann packe ich hier mal in die Eier rein, dann hoffe ich mal, dass ich mir jetzt... Hier habe ich nichts zu. Es lag jetzt gerade noch ein bisschen, das wird sich gleich wieder heben, kein Problem. Als Rippelmann vergisst die... ...Eier um zu tauschen. So, äh, die Hühner ausmachen. Dann machen wir uns mal ganz kurz ein Schwert. So, so. 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 Ich habe das nächste Spiel schon gekauft, ich glaube es ist gestern angekommen, ich war bloß nicht zu Hause, ich muss es gleich von einem Nachbarn abholen. Es ist bloß wo man frühestens 9 bei einem Nachbarn denkt, hey ich will weniger mein Spiel jetzt, oder? Deswegen warte ich noch ein bisschen ab und es wird auf jeden Fall jetzt kommen. Es ist ein Spiel, was ich sehr, sehr, sehr lange angekündigt habe. Ich denke einige werden jetzt schon wissen, was ich meine. Ich freue mich sehr drauf, auch wenn ich das Spiel schon mal gesehen habe, also ich habe schon mal beobachten können, wie es funktioniert. Aber ich denke, ich habe alles vergessen, deswegen werde ich es spielen. Ich habe also absolut gar keinen Diamanten mehr hier. Aber das ist kein Problem, dann verzauber ich mir halt einen Bogen. So. Go, go, go. Das ist ja alles kein Problem. Man muss das, was man bekommt, nehmen. So, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da Ich hab natürlich die direkte Innereleitung. Wenn ich eine Viertelstunde aufnehme, brauchte sie ungefähr 1-2 Stunden, bis sie sich fertig geladen hat. So. Das ist ernsthaft jetzt so. Level 30, Schlag 1. Das ist doch ja ernst. Na gut. Jetzt gehen die Mega-Hühner-Blagier-Spieler los. Ich hatte sie doch oft bekämpft. So, ich glaube, ich bin nochmal Level 30. Das wäre natürlich mega-cool. Müsste bloß nie was stemmen von Zauber. Oh, noch irgendwas. Vielleicht soll ich meine Schere verzaubern. Oder ich glaube, ich kann auch eine Bücher-Versauber-Schere. Dann steh ich meinen Fall hier rein und esse ein paar Sandwiches. Wow. Geh ich manchmal rein und esse ein paar Sandwiches. Bam. Ich muss es töten! Es hilft mir. Nein, es war zert! Oh mein Gott! Was? Ich leg mal einfach jetzt die Hütze rein. Und machen wir einfach mal auch ein paar Schwerter nochmal. So. So, und dann machen wir jetzt die Hütze dauerung. Ja, dann ist das die große Folge der Hütze, an denen wir hier Hütze geschnitzelt haben. Ja, ist jetzt viel so doof, dass es eigentlich ein Sonntag ist, dass wir nur zwei Folgen haben, wie eigentlich nur die Hütze. Aber das war gerade nicht alles möglich. So. Ähm, Kinder entstellt. Aber ich habe jetzt noch ein Display gegeben. Ich habe mir meine Probleme auf den Weg gegeben mit. Und, ähm... Ja. Was ich noch sagen kann, es wurde ja... Ich war jetzt letztes Mal wieder auf Magic Mine, das haben vielleicht einige mitbekommen. Und... Viele gucken ja das Minecraft-Nestplay gar nicht mehr, weil ich ja auf Magic Mine nicht mehr unterwegs bin. Sollte ich das Magic Mine-Let's Play wieder anfangen irgendwann, dann wird es wahrscheinlich das Let's Play dann hier, äh, ausgesagt. Also, es ist ja jetzt so, dass wir... Momentan hier ein anderes Let's Play als Endless-Let's Play haben, mehr oder weniger. Und zwar, das ist League of Legends. Ihr habt sicher mitbekommen, dass da schon sehr viele Folgen existieren können. Und... Ich weiß halt nicht, wie lange das weitergehen wird. So lange, wie viel Spaß macht, nehme ich stark an. Wird League of Legends auch weitergehen. Äh... Es ist wahrscheinlich dann so ein alter Satz für Minecraft momentan. Da ich, wie gesagt, in Minecraft... Ein wenig Kopf-Assist bekomme. Was aufgrund der Krache herzuführen ist. Ähm... Es ist jetzt eigentlich ungeplant gewesen, dass League of Legends so lange geht. Aber... Es macht mir immer noch Spaß. Äh... Nach vier Monaten und so. Und... Darum werde ich einfach auch weiterführen. Es macht euch Spaß. Viele gucken jetzt gerne. Also, solange da kein, äh... Anti-Tunktion zu irgendetwas... Ich weiß gar nicht, ob das keine Anti-Tunktion überhaupt existiert. Solange da niemand sagt, ey, du mach mal was anderes, werde ich das auch weit behalten. Das ist jetzt Bläh. Ja. Ne? Ne, dich will ich nicht. Dich will ich genau. So. Machen wir mal noch die Fackeln weg. Und dann... Ne, ich möchte... Genau, Fleisch. Fleisch ist wichtig. Deswegen nehme ich das Fleisch mit. Machen wir das noch weg. Und... Genau. Wieder Fleisch. So, dann haben wir ordentlich Fleisch aufgesammelt. Die Federn können wir liegen lassen. Das ist nicht so wichtig. Und dann gehen wir mal wieder nach unten. Und wir haben eine V27. Da kann ich mal eventuell... ... noch irgendwas schnell verzaubern. Die Frage ist natürlich was. Äh... Ich vertraue mir mal das Schwert jetzt. Komm, wir vertrauen mir mal das Schwert. Ja, bis 16. Haltbarkeit. Plünderung. Alter Schwede. Na hallo. Das ist nicht genau so. Das ist doch geil. Ähm... Und dann... Schwert. Und das machen wir noch. Schere geht nicht. Ne, aber mehr klar. Ja... 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 Dann vertraue ich heute den Helm noch. Wenn das anders übrig bleibt. Die Level habe ich noch. 11. Ja... Moment. Wird bestimmt gleich eine Level 10er kommen. Eine Level 10er Verzauberung. Ach Mist, da war eine. Ach, da war eine. Schutz und Wasser Affinität. Auch nicht schlecht. So. Packen wir mal die Eier und das ganze Fleisch hier oben rein. Das brauchen wir jetzt eh nicht. Die Federn kommen hier auch mit rein. Und dann geht's los. Wir haben eine Wasser Affinitätszelle. Wir haben ein... Blünderungsschwert. Gut, dass wir das bei den Hühnchen nicht benutzt haben. Sonst haben wir jetzt... An Hühnophobie gestorben oder sowas. So... Gleich nehme ich natürlich mit noch. Und auch das. Ja... Dann war das mal eine... Ich nehme die Hühner-Auseinanderfolge. Wir tun jetzt noch mal ganz kurz die ganzen Schafe abscheren. Und dann... Soll es das für heute auch schon gewesen sein. So... Hallöchen Schaf. Und du da noch. Ja... Es ist halt schwer viel... Es ist halt schwer alles zu zeigen und man so wenig Folgen macht in ein paar Wochen. Ich freue mich hier darauf, wenn ich irgendwann mal wieder mehr Folgen von Minecraft machen kann. Werden hier jedenfalls Spaß daran haben. Ist aber an sich... Ich muss sagen, äh... Ich habe jetzt keinen Moment mehr mit einfach mal ein bisschen weniger Minecraft zu machen. Na, ich habe jetzt auch zwei Jahre lang Minecraft gemacht. Huch... Da tut so eine kleine Pause im Zwischengrund schon mal ganz gut. Das ist ganz okay. Obwohl mir aufgefallen ist, dass einigen von euch das nicht so ganz passt. Und von einigen hatte ich auch Kritik gehört, dass ich... warum ich dann aufgehört habe. Und... naja... Äh... Willst du mich nicht verarschen? Nein! Ich habe das Bild kaputt gemacht. Ich freue mich nicht. Naja... Okay... Gut, dann lege ich mich einfach mal schlafen und wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Freunde. Dann geht es oben weiter im Palast und dann... Mal schauen. Vielleicht gehen wir nochmal auf ein Höhentur oder sowas. Ihr entscheidet. Schreibt es in die Kommentare. Was willst du hier? Ist eure freie Entscheidung, was wir als nächstes machen. Ich richte mich da ganz nach euch und bis dahin sage ich... Adios!